David Casson stand in der Tür seines Schlafzimmers und beobachtete die beiden Personen auf dem Bett, die versuchten, sich ins nächste Jahrhundert zu begeben. Eine der Personen war seine Frau Torre, es dauerte 30 Sekunden, bis er herausfand, dass die andere Joe Benetti war. David verließ das Zimmer sofort, nachdem er die Identität des Liebhabers seiner Frau bestätigt hatte. Er erlebte keine der verdrehten Reaktionen, von denen er gehört hatte, wie zum Beispiel, dass er beim Anblick ihrer Person mit einem anderen Mann erregt wurde. Er machte ein Foto, drehte sich dann um, ging die Treppe hinunter und schenkte sich einen dreifachen Schuss Jack Daniels in sein Lieblingsglas ein. Er würde dafür sorgen, dass dieses Glas in die Scheidung einfloss, es war unersetzlich. Jetzt verstand David, warum seine Frau nicht ans Telefon gegangen war, als er anrief, um ihr zu sagen, dass er früher von seiner Geschäftsreise nach Hause kommen würde. Ihr Telefon lag auf dem Wohnzimmertisch, umgeben von einem Haufen Kleidung. Was für ein Klischee-Mann kommt früher nach Hause und findet seine Frau mit einem anderen Mann im Bett. Das Schlimmste daran? Sie war mit diesem Großmoll Benetti zusammen. Joe war der jüngere Bruder eines einheimischen Mafioso. Auch wenn die Mafia Joe niemals in den inneren Kreis oder auch nur in die Nähe davon aufnehmen würde, hatte er dank seines Bruders dennoch etwas Einfluss und er sorgte dafür, dass es jeder wusste. David trank seinen Whisky, während er im Kühlschrank nach etwas Essbarem suchte. Es war ein anstrengender Tag gewesen und seine letzte Mahlzeit bestand aus einem Becherjoghurt an der Frühstücksbar im Marriott Fairfield an diesem Morgen. Er fand die Hühnchen Doggy Buck, Joe und Tori mussten in der Hunters Lounge zu Abend gegessen haben, bevor sie für ihr Dessert zurückkamen. Ein Außenstehender mag sich fragen, warum David so gleichgültig gegenüber der Untreue seiner Frau zu sein schien, aber die Wahrheit war einfach, David wusste, dass Tori einen Ruf hatte, als er sie vor drei Jahren heiratete. Schließlich, wie viele Frauen lassen sich beim ersten Date auf alle drei Arten ein? Sie hatte versprochen, dass sie eine andere Frau geworden war und David hatte bis heute Abend keinen Grund, an ihrer Treue zu zweifeln. Vielleicht können Menschen nicht wirklich ändern, wer sie sind. Eine weitere Tatsache, David hatte das ganze Drama um seine Ehe mit Tori satt. Die Frau konnte sich wegen jeder Kleinigkeit aufregen und David hatte kürzlich darüber nachgedacht, sich einfach von ihr scheiden zu lassen. Zumindest hatte er jetzt eine anständige Ausrede und konnte mit gutem Gewissen und vielleicht dem Großteil seines Vermögens gehen. David aß das kalte Hühnchen und trank einen zweiten dreifachen Whisky und war gerade dabei zu gehen, als Tori in die Küche kam und anfing zu schreien. David! Was zum Teufel! Was machst du hier? David musste sich das Lachen verkneifen, als er seine Frau sah, antwortete ihr aber direkt. Hier Bohnen! In diesem Moment stürmte Joe ins Zimmer, splitternackt und mit der Lampe von Davids Nachttisch in der Hand. Er erblickte David und blieb abrupt stehen. Dave, was zum Teufel machst du hier? Hier Bohnen! Joe hatte schon immer das Auffassungsvermögen eines Drittklässlers und nahm Davids zurückhaltende Antwort offensichtlich als Angst auf. Nun, verdammt, verschwinde hier, bevor ich dich zusammenschlage. Deine alte Dame und ich haben noch eine Rechnung offen, Joe schwang die Lampe über seinem Kopf, während er seine Warnung rief. David beschloss, dass er gerade genug hatte. Auf der Küchenticke lag das teure Messerset, das seine Tante und sein Onkel dem Paar zur Hochzeit geschenkt hatten. Vielleicht trübte der Whisky sein Urteilsvermögen, er könnte aus der Küche zurückweichen oder oder er schaute sich die Messer noch einmal an und überlegte, welche Möglichkeiten er hatte. Da er so etwas noch nie gemacht hatte, wählte er das lange Tranchiermesser, das zuletzt benutzt worden war, als sie seine Schwiegereltern zu Tanksgiving eingeladen hatten. Keiner der drei Bewohner des Raumes bemerkte, was geschah, bis es zu spät war. David stieß das Messer in Joe's Bauch und biss in sein Zwerchfell. Der Schrecken in Joe's Augen war unwirklich, David blickte in diese Augen, er hatte noch nie einen Menschen getötet, verdammt, sein letzter Faustkampf war in der Grundschule gewesen. Als David in diese Augen blickte, fragte er sich, was Joe wohl dachte? War sich Joe bewusst, dass er in wenigen Minuten sterben würde? Dachte er an sein trauriges Leben oder an seine Frau und seinen Sohn, die er nie wieder sehen würde? Als Joe zu Boden sackte, wusste David, dass diese letzten Momente des Bewusstseins für immer verloren waren. Niemand würde jemals von Joe's letzten Gedanken erfahren. Als Joe's Körper auf dem Boden aufschlug, begann Torrid zu schreien. David tat etwas anderes, das er noch nie zuvor in Betracht gezogen hatte, er schlug Torrid direkt auf die Nase und schlug sie bewusst los. Es war das erste Mal in seinem Leben, dass er eine Frau schlug. Der Ernst der Lage, in der er sich gerade befand, ernüchterte David. Er blickte auf Joe und dann auf seine Frau hinunter. David wusste, dass er gerade sein eigenes Todesurteil unterschrieben hatte. Joe's Bruder John würde ihn dafür umbringen lassen, und er wusste, dass der Tod nicht schnell oder schmerzlos sein würde. John Benetti hatte einen Ruf zu wahren, und David würde als weiteres Beispiel dafür dienen, dass sich niemand mit einem Benetti anlegt. Er blickte auf seine Frau hinab, die bewusstlos neben dem toten Mann auf dem Boden lag. Fast hätte er geschrien, verdammt, Torrid, warum musstest du auch mit einem Benetti schlafen? David war jetzt einigermaßen nüchtern und überlegte, was er tun würde. Er trug sie zu ihrem Bett, fesselte sie mit einigen seiner Seidenkrawatten und steckte ihr einen Knebel in den Mund. Dann ging er ins Arbeitszimmer, um seinen Computer hochzufahren. Gibt es eine Grenze für die Informationen, die online verfügbar sind? David öffnete eine Bing-Webseite. Jemand bei der Arbeit hatte einmal gesagt, dass Google alle Anfragen protokolliert, und ob diese Information nun wahr war oder nicht, das Letzte, was er wollte, war, dass jemand heute Nacht seine Websuchen verfolgte. Er tippte, wie man verschwindet, ein, es erschienen mehrere Artikel, die er studierte, während er sich zahlreiche Notizen machte. Andere Anfragen führten zu weiteren Informationen. Um vier Uhr morgens hatte er einen Plan. Er schaute nach Torrid, die sich zwar gegen ihre Fesseln wehrte, aber keine allzu großen Schmerzen zu haben schien. Er legte sich im Gästezimmer aufs Bett und schlief ein paar Stunden. Als David um acht Uhr aufwachte, löste er Torrid's Fesseln und erlaubte ihr, auf die Toilette zu gehen, ohne ihr den Knebel aus dem Mund zu nehmen. Er überlegte einen Moment, ob er sie fragen sollte, warum, aber er dachte, sie würde die Gelegenheit nur nutzen, um ihm die Schuld zu geben oder eine andere faule Ausrede vorzubringen. Er fesselte sie wieder ans Bett und flüsterte ihr ins Ohr, bleib eine Weile liegen. Tut mir leid, aber ich werde nicht mein Leben riskieren, nur weil du dich entschieden hast, mit irgendeinem Idioten zu schlafen. Ich werde morgen jemanden anrufen und ihm sagen, wo du bist. Du wirst 24 Stunden lang Unannehmlichkeiten haben, ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, über meine Schulter zu schauen. Leb wohl, David warf ihr einen letzten Blick zu und fragte sich, wie er jemals so dumm gewesen war, sie zu heiraten. Später würde er versuchen, einen Sinn darin zu erkennen, aber im Moment konzentrierte er sich auf die Checkliste der Aufgaben, die er erledigen musste, bevor er für immer verschwand. Ganz oben auf seiner Liste standen die Schritte, die nötig waren, um so viel Geld wie möglich aus seinen verschiedenen Ressourcen zu sichern und diese Gelder außer Landes zu schaffen, ohne die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich zu ziehen. Barvorschüsse auf Kreditkarten, die Auflösung von Investitionen, die Inanspruchnahme seiner Eigenheimbeleihungslinie. Würde die plötzliche Aktivität irgendwelche Alarmglocken auslösen? Nicht, wenn man es vorsichtig anstellte, so das Ergebnis seiner Online-Recherche. Um 13 Uhr hatte David 100.000 Dollar und ein Erste-Klasse-Ticket nach Rom. Von dort aus würde er sich unter den neuen EU-Regeln davonschleichen und in einer der kleinen, halbautonomen Regionen untertauchen, die für ihre lockere Aufsicht über Ausländer bekannt sind. Währenddessen saß Karin Roland an ihrem Schreibtisch und überlegte, wie sie ihrer Klimtin beibringen sollte, dass ihr Ehemann mit seiner Sekretärin schlief. Aus ihren vorherigen Gesprächen wusste Karin, dass die Klimtin ihren Ehemann liebte. Zu schade, dass sie mit einem Drecksack verheiratet war. Während Karin sich auf ihr Terminal konzentrierte, hörte sie, wie sich die Außentür zum Büro öffnete. Ihre Verwaltungsassistentin war in der Mittagspause und hatte die Außentür wieder einmal nicht abgeschlossen. Karin warf einen Blick auf die Beinprothese, die in der Ecke stand. Das verdammte Ding störte sie schon wieder und musste erneut angepasst werden. Karin fragte sich, ob sie Zeit hatte, es rechtzeitig wieder an ihrem Knieschenkel anzubringen. Leider nein, die Tür zu ihrem Büro öffnete sich gerade, als sie eine männliche Stimme rufen hörte, Hallo? Der Mann steckte seinen Kopf in die Tür, kein schlecht aussehender Kerl, wahrscheinlich Südeuropäer. Er lächelte, aber in diesem Lächeln lag nur ein Hauch von Show, als er sprach. Die Tür war offen, dürf ich Sie stören? Ich habe eine Person, die gefunden werden muss. Karin speicherte ihre Arbeit auf dem Computer und winkte den Fremden herein. Ohne aufzustehen, streckte sie ihm die Hand entgegen und stellte sich vor. Karin Roland, wie kann ich Ihnen helfen? Der Fremde nahm ihre Hand und hielt sie etwas zu lange. Sollte sie das verführen oder einschüchtern? Mein Name ist John Benetti. Meine Schwester Tore Casson versucht, ihren untreuen Ehemann zu finden. Er hat ihre Kunden so gut wie leer geräumt und das Land verlassen. Wir wissen, dass er letztes Jahr einen Flug nach Rom genommen hat. Sie denkt, er sollte wissen, dass sie sein Kind bekommen hat. Ich persönlich denke, dass es besser für sie ist, das Kind alleine groß zu ziehen, aber wie kann man mit einer Mutter diskutieren? Wir haben im vergangenen Jahr zwei verschiedene Agenturen beauftragt und beide haben versagt. Ich habe ihren Namen von einem Freund. Jedenfalls bittet sie mich immer wieder, ihr bei der Suche nach ihm zu helfen, und ich versuche es immer wieder, sein Name ist David Casson. Bei John Benettes Geschichte läuteten nicht sofort alle Alarmglocken. Sie erzählte ihm von den Schwierigkeiten, jemanden in Europa aufzuspüren, aber dass es nicht unmöglich sei. Sie hatte die Kontakte und Ressourcen, um dies zu ermöglichen. Sie besprach auch die Gebühren und schätzte die Kosten. Benetti zuckte bei all dem nie zusammen. Kann ich ihre Schwester treffen? Klar, ich kann sie heute oder morgen hierher bringen. Um wie viel Uhr? Wenn sie morgen früh um 9 Uhr mit Mrs. Casson vorbeikommen können, habe ich die Verträge zur Unterschrift bereit. Sie muss ein paar Fragen zum Hintergrund beantworten. Benetti ging. Komisch, er muss ihr Bein in der Ecke gesehen haben, aber er hat nicht reagiert. Karin dachte nicht weiter darüber nach und kehrte zu dem Bericht für ihren Klienten zurück. Am nächsten Morgen um 9 Uhr kehrte John Benetti mit Mrs. Torrey Casson in das Büro des Privatdetektivs zurück. Karin fielen sofort zwei Dinge auf. Mrs. Casson hatte einmal einen Schlag auf die Nase bekommen, der stark genug war, um sie zu brechen, und Mrs. Casson sah verängstigt aus. Vielleicht eine misshandelte Ehefrau? Warum wollten diese Frauen immer, dass der gewalttätige Ehemann zurückkehrte? Konnten sie nicht verstehen, dass es ihnen viel besser ginge, wenn sie sich keine Sorgen machen müssten, geschlagen zu werden? Karin stellte Fragen, war ihr Mann schon einmal in Europa? Wo und wann? Hat ihm eine bestimmte Stadt oder Region gefallen? Spricht er Fremdsprachen? Und so weiter. Frau Casson beantwortete diese und weitere Fragen recht gut. Aber während die drei miteinander sprachen, überdachte Karin ihren anfänglichen Verdacht. Frau Casson hatte keine Angst vor ihrem Ehemann, sondern vor ihrem Bruder John Benetti. Karin überlegte ernsthaft, den Auftrag abzulehnen, aber sie brauchte das Geld und gegen ihr besseres Wissen ließ sie Mrs. Casson einen Vertrag unterschreiben. Karins Ehemann Bill lag im Krankenhaus und kämpfte um sein Leben. Wie kann ein 35-jähriger Mann, der noch nie in seinem Leben krank war, an Krebs erkranken? Obwohl Bill gut versichert war und seine Firma während seines Kampfes um sein Leben die Hälfte seines Gehalts zahlte, war die Familie Roland finanziell angeschlagen. Karin brauchte diesen Auftrag, um die Rechnungen bezahlen zu können. Der Vertrag wurde unterzeichnet und John Benetti stellte einen Scheck über die Kaution aus. Karin wollte Benetti und Casson überprüfen, aber sie würde dies ohne die übliche Unterstützung tun müssen. Ihre Kontakte bei der New Yorker Polizei waren alle versiegt. Einige Beamte waren kürzlich wegen nicht autorisierter Anfragen in den verschiedenen Kriminaldatenbanken entlassen worden. Die Beamten verloren ihre Jobs und den Großteil ihrer Rentenansprüche. Jedes Detektivbüro in der Stadt heulte nun auf, da es nicht mehr über die Mittel verfügte, an diese Art von Insider-Informationen zu gelangen, und eine ganze Reihe von Polizeibeamten verlor eine nette Zulage zu ihrem Gehalt. Die Stadt hat nur eine Handvoll Beamte, die diesen Service anboten, erwischt und gefeuert, aber jeder hat die Botschaft verstanden. Karin würde warten müssen, bis Hank an diesem Wochenende aus dem Ausland zurückkehrte, bevor sie tiefere Hintergrundinformationen erhalten konnte. Hank war bei einem bekannten Geheimdienst in den Ruhestand getreten und arbeitete derzeit für einen privaten Geheimdienstunternehmer. Hanks Offshore-Kontakte wären hilfreich, um Mr. Casson zu finden, wenn David Casson sich nicht bereits wieder ins Land geschlichen hätte. Karin begann sofort mit ihren eigenen Hintergrundrecherchen, soziale Medien, Zeitungsartikel und so weiter. Als Hank am Freitag zurückkehrte, hatte Karin durch ihre eigenen Recherchen bereits genügend Informationen gesammelt, um sich Sorgen zu machen. David Casson wurde im Zusammenhang mit dem Mord an einem Josef Benetti gesucht. In Josef Benettis Nachruf wurde keine Schwester namens Torrey Casson erwähnt, aber John wurde als Bruder genannt. John Benetti wurde in den 90er Jahren wegen Erpressung angeklagt, aber nie verurteilt. In dem Zeitungsartikel über den Gerichtsprozess hieß es, Benetti sei angeblich Mitglied der Gambino-Familie. Trotzdem klang es, als sei dieser David Casson ein Krimineller, auch wenn er nicht wegen des Verbrechens verurteilt worden war und Karin brauchte das Geld. David Casson erwachte, als die Sonne durch das Südostfenster hereinströmte. Nicht nur das Sonnenlicht drang herein, auch das Geräusch von ein paar Dutzend Dieselmotoren drang an seine Ohren, als die Fischerboote den Hafen verließen. David stand auf, ging pinkeln und wusch sich mit einem Tuch ab. Als David das Schlafzimmer der Einzimmerwohnung wieder betrat, blickte er auf die schlafende Schönheit in seinem Bett hinab, bevor er die Kaffeemaschine einschaltete. Er setzte sich auf das Bett, las ein Taschenbuch und wartete, bis der Kaffee fertig war. Als er hörte, wie sich der Atem der Blondine veränderte, beugte er sich zu ihr hinüber und rieb ihr den Rücken. Lisa öffnete die Augen und ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. Rieche ich Kaffee? Ja, möchtest du eine Tasse? In einer Minute vielleicht. Hast du nach gestern Abend sauber gemacht? David wusste genau, was Lisa meinte. Ja, ich habe mich gewaschen, nachdem ich gepinkelt habe. Lisa drehte sich um und machte sich ohne zu zögern an die Arbeit. Sie machte weiter. Nur wenige Frauen konnten ihn ganz in sich aufnehmen und Lisa schaffte es mühelos. Lisa, du musst aufhören, wenn du ihn in dir haben willst. Das ist die Wache für all das Vergnügen, das du mir letzte Nacht bereitet hast. Jetzt schenk mir bitte eine Tasse Kaffee ein. David landete in diesem verschlafenen Fischerdorf innerhalb von zwei Wochen nach seiner Landung in Rom an jenem schicksalhaften Tag im letzten Jahr. Seine Lebenshaltungskosten waren minimal. Er ergänzte die 100 Riesen mit Gelegenheitsjobs im Dorf, unter anderem, weil er einer der wenigen Menschen in der Stadt war, die sich mit Windows auskannten. Eine Reihe von Unternehmen in der Stadt und in der Provinz benötigten Computerunterstützung, die David gegen Bargeld oder im Tausch anbot. Da niemand jemals nach seinem Reisepass fragte, gab sich David als Kanadier aus Ontario aus und änderte seinen Namen in John Davis, nennen Sie mich Davis. Das klang so ähnlich wie David, dass er immer darauf reagierte, selbst wenn er betrunken war. Nach sechs Monaten selbst auferlegten Zölibats zuzusehen, wie seine Frau mit diesem Idioten herumtollte, hatte sein Selbstwertgefühl in den Keller sinken lassen, wurde David, jetzt Davis, eines Abends in einer Bar, in der sich die meisten Ausländer aufhielten, von der süßen Blondine angesprochen. Lisa Boker war eine Australierin, die nach ihrem Abschluss an der Universität von Sydney, wo sie Physiologie studiert und vier Jahre im Volleyballteam der Universität verbracht hatte, durch Europa reiste. In ihrem ersten Jahr nach dem Abschluss versuchte sie, sich einen Platz im australischen Bergvolleyball-Olympiateam zu erkämpfen. Nachdem sie damit gescheitert war, landete Lisa schließlich über Ibiza in Katalonien. Lisa war dem ruhigen, gut aussehenden Mann schon zweimal aufgefallen und beschloss, dass dies die Nacht war, in der sie sich vorstellen würde. Innerhalb von zehn Minuten erfuhr Lisa, dass er John Davis hieß, Kanadier war und sie wusste, dass sie noch in derselben Nacht mit ihm schlafen würde. Das tat sie auch und es war fantastisch. Was Lisa nicht wusste, war, dass Davis die letzten Monate im Zölibat damit verbracht hatte, Frauenpornos zu lesen. Er versuchte herauszufinden, was in seiner letzten sexuellen Beziehung schiefgelaufen war, warum hatte Tori das Bedürfnis verspürt, ihre Ehe zu verlassen? Was auch immer der Grund war, die nächste Frau würde garantiert auf ihre Kosten kommen. Und Lisa war die glückliche Empfängerin all dieser Forschungsergebnisse. Noch nie hatte sie in einer Nacht so viel Ekstase erlebt. Es war so unglaublich, dass sie am nächsten Abend für eine weitere Ladung zurückkehrte. Zwei Wochen nach Beginn ihrer Beziehung, während sie sich von ihrem dritten Orgasmus erholte, konnte Lisa nicht anders, sie musste es wissen. Davis, ich werde es wahrscheinlich für immer bereuen, dass ich das frage, aber wie sieht es mit Sex aus? Ich fühle mich, als wäre ich am Ende eines Films. Versteh mich nicht falsch, die Ekstasen sind einfach überirdisch. Davis war fassungslos. Er dachte, all das Stöhnen und die Bewegungen bedeuteten, dass er es verstanden hatte. Was zum Teufel? Seine Verwirrung war ihm deutlich anzusehen und Lisa wusste, dass sie sich beeilen musste, bevor die Situation eskalierte. Okay, Davis, lass mich das erklären. Hör auf, deine Zunge dahin zu stecken. Ja, es fühlt sich toll an und macht mich verrückt, aber ich werde dich danach nicht küssen. Und diese ganze Zurückhaltungssache. Vielleicht halten einige frustrierte Feministinnen das für eine gute Sache, aber ich habe mir nie viel aus diesem Fifty Shadows Mist gemacht. Als Fantasie klingt das gut, aber in Wirklichkeit kenne ich nicht mehr als zwei Mädchen, die darauf stehen. Du hast eine gute Größe, Davis. Wenn du so bei mir bist, brauche ich keine zusätzlichen Bewegungen. Ich denke, was ich damit sagen will, ist, dass du mit weniger Technik und mehr Leidenschaft das Zeug dazu hast. Also tat er genau das und vier Monate später waren Davis und Lisa immer noch zusammen, immer noch exklusiv und immer noch mit Spaß am Sex. Davis überlegte sogar, Lisa zu fragen, ob sie bei ihm einziehen wolle. Es dauerte zwei Wochen, bis Karin und Hank David Carson in Katalonien gefunden hatten. Aber in diesen zwei Wochen begann Karins Gewissen sie so sehr zu klagen, dass sie beschloss, Benettis Geld zurückzugeben. Sie rief ihn an und fragte, ob er am nächsten Tag ins Büro kommen könne. Als Benetti ankam, behauptete Karin, es sei ein hoffnungsloser Fall, Carson könnte sogar tot sein. Sie überreichte Benetti einen Scheck abzüglich ihrer Ausgaben und sagte ihm, dass sie gescheitert sei. Benetti nahm den Scheck entgegen, aber irgendetwas bei diesem Austausch hinterließ bei Karin ein ungutes Gefühl. Zwei Tage später verließ Karin das Büro rechtzeitig, um die Kinder zu treffen, wenn sie von der Schule nach Hause kamen. Bill war aus dem Krankenhaus entlassen worden und tat sein Bestes, um im Haushalt zu helfen, aber an diesem Morgen hatte er eine Chemotherapierunde hinter sich, was bedeutete, dass er zu krank sein würde, um das Abendessen zuzubereiten. Es würde für ihn die übliche raue Nacht nach der Chemotherapie werden. Als Karin sich der U-Bahn-Station näherte, fuhr ein schwarzer SUV neben ihr, die hintere Tür öffnete sich und John Benetti starrte Karin mit einer auf sie gerichteten Pistole an. Steig ein! Karin wollte gerade einen Fluchtversuch unternehmen, denn selbst mit ihrer Beinprothese konnte sie sich besser bewegen, als die meisten Leute annahmen. Doch dann sah sie etwas im Auto, das sie zum Stehenbleiben brachte. Ihre Tochter Hanna saß auf dem Beifahrersitz neben Benetti. Karin gab auf und stieg in das Fahrzeug ein. Ich weiß, dass sie etwas gefunden haben. Ich denke, es ist im besten Interesse ihrer Tochter, wenn sie es mir geben. Und wenn ich das tue, welche Versicherung habe ich, dass sie uns gehen lassen? Keine, aber ich werde sie gehen lassen, wenn sie mir geben, was ich will. Wenn sie es nicht tun, garantiere ich, dass dieses kleine Mädchen tot sein wird, aber nicht, bevor ich sie in eine Frau verwandelt habe. Sie ist 13 Jahre alt. So ein Tier können sie nicht sein. Stellen sie mich auf die Probe und finden sie es heraus. Hier, wir sind in ihrem Bürogebäude. Gehen sie hoch, holen sie sich, was sie gefunden haben und ich werde das alles vergessen. Denken sie nur daran, die Polizei zu rufen und das kleine Mädchen stirbt. Sie haben genau zwei Minuten, bevor ich hier abhaue. Karin konnte es nicht riskieren. Sie fuhr mit dem Aufzug nach oben und versuchte, sich zu überlegen, ob sie irgendwelche Optionen hatte. Bei so wenig Zeit fiel ihr nichts ein, was Hannas Sicherheit nicht gefährden würde. Was soll's? dachte sie bei sich. Wenn man bedenkt, wie Carson Josef getötet hatte und schon nun Carson töten wollte, dachte sie, wenn diese Idioten sich gegenseitig umbringen wollen, werde ich sie nicht aufhalten, auch wenn ich dabei Hanna verliere. Karin nahm den Bericht und kehrte zum Auto zurück. Als Karin Benetti den Bericht überreichte, öffnete er ihn, las ihn schnell durch und wandte sich dann an Karin. Das haben sie gut gemacht. Zwei andere Detekteien konnten ihn selbst nach monatelanger Suche nicht finden, aber sie haben es in zwei Wochen geschafft. Da wäre noch etwas, wenn jemand Carson warnt, dass wir wissen, wo er ist, wird Hanna verschwinden. Keine Warnungen, sie verschwindet einfach. Haben wir uns verstanden? Karin nickte, nahm Hannas Hand und stieg aus dem Auto. John Benetti hatte gerade den größten Fehler seines erbärmlichen Lebens begangen. Ein wenig Geschichte. 14 Jahre vor diesem Ereignis war Karin Roland noch Karin Beker und arbeitete für die New Yorker Polizei in der Abteilung für Geheimdienst. Karin hatte Kontakt zu Agenten anderer Geheimdienste, darunter ein Mann, den wir Hank nennen wollen. Zwischen den beiden stimmte die Chemie, nicht nur in Bezug auf den tiefen Respekt für die Eignung des anderen für den Job, sowohl mental als auch physisch, sondern im Laufe der fünfmonatigen Zusammenarbeit entwickelte sich auch eine Anziehung zwischen ihnen. Diese Anziehung führte zu einer Liebesbeziehung, die einige Monate andauerte, bis beide erkannten, dass es schwierig sein würde, die Affäre fortzusetzen. Beide wussten, dass es eine vorübergehende Sache war, Hank würde bald in den Nahen Osten aufbrechen und die Affäre entwickelte sich nie zu mehr als Freundschaft und großartigem Sex. Es gab noch ein weiteres Problem, das gelöst werden musste, Karins Diaphragma hatte offensichtlich seinen Dienst versagt, Karin war schwanger. Die Schwangerschaft wurde eine Woche vor Hanks Abreise nach Afghanistan bestätigt. Sie sprachen darüber und beschlossen, dass Hank seine Abreise antreten und Karin jeden Monat einen angemessenen Betrag für den Unterhalt des Kindes überweisen würde. Sie würden nach Hanks Rückkehr aus dem Ausland noch einmal darüber sprechen. Karin war mit der Vereinbarung zufrieden. Sie wollte dieses Baby und war froh, dass das Baby tolle Gene haben würde. Sie war sich der Schwierigkeiten bewusst, denen sie als alleinerziehende Mutter gegenüberstand, aber zumindest war sie finanziell abgesichert. Dann geschah etwas, das alles veränderte. Karin war im siebten Monat schwanger und ging auf dem Weg zur Arbeit die Treppe der U-Bahn-Station hinauf, als sie stolperte und fast die Treppe hinunterfiel, aber ihr Sturz wurde von dem Mann hinter ihr aufgefangen. Als ihr aufgeholfen wurde, fand sie sich in den Armen des größten Mannes wieder, den sie je gekannt hatte. Danke, ich glaube, sie haben mich gerade vor einem sehr bösen Sturz bewahrt. Gern geschehen. Das darf einer Frau mit einem Baby an Bord nicht passieren. Darf ich ihre Aktentasche tragen? Wo wollen sie hin? Karin sagte es ihm und stellte sich vor. Ich bin Bill Roland. Haben sie es eilig? Kann ich sie auf einen Café oder etwas anderes einladen? Karin willigte erst in einen Café ein, dann in ein Abendessen an diesem Wochenende und schließlich in einen Theaterbesuch in der darauf folgenden Woche. Und so weiter, bis sie sich sogar bereit erklärte, Bill als ihren Lamaze-Partner zuzulassen und ihrer Schwester erklärte, warum sie den Trainer gewechselt hatte. Karin wurde klar, dass dies der richtige war, aber würde er sich bereit erklären, ein Kind großzuziehen, das nicht seins war? Die meisten Männer wollten ihre Ehe nicht so beginnen, dass sie das Kind eines anderen großzogen. Als ihre Beziehung ernster wurde, Hannah war nun zwei Monate alt, setzten sich Karin und Bill zusammen und sprachen miteinander. Bill begann mit dem, was ihm auf dem Herzen lag. Karin, ich habe zwei Fragen. Erstens, wie viele Kinder möchtest du? Ich habe immer auf zwei oder drei gehofft. Warum? Weil ich gerne ein eigenes Kind hätte. Ich musste wissen, ob Hannah dein einziges Kind sein würde. Bill, ich liebe Hannah von ganzem Herzen. Aber ich möchte mit meinem Mann ein Kind haben. Beantwortet das deine erste Frage? Bill lächelte. Das wäre ein großes Hindernis für ihre Zukunft gewesen. Zweite Frage. Was passiert, wenn Hank zurückkommt? Du hast ein Kind mit ihm. Treue ist nicht verhandelbar, ich teile meine Frau nicht mit einem anderen Mann. Karin antwortete ehrlich und mit mir. Alle anderen zu verlassen ist ein Gelübde, das ich einhalten will und von meinem Mann erwarte. Bills Lächeln wurde breiter, jetzt war Karin an der Reihe. Okay, du hast deine beiden Fragen gestellt und ich habe sie beantwortet. Jetzt habe ich selbst zwei Fragen. Erstens haben Hank und ich kürzlich darüber gesprochen. Er wird für längere Zeit nicht zurückkommen, mindestens für ein paar Jahre und um ehrlich zu sein, ist er nicht wirklich ein eigenes Kind groß ziehen? Keine Bevorzugung, wenn wir ein oder zwei eigene Kinder haben? Hank hat einer Adoption bereits zugestimmt, aber ich glaube, er möchte sie erst einmal kennenlernen, bevor es offiziell wird. Ich habe viel darüber nachgedacht, Karin. Ja, wenn du möchtest, dass ich die Rolle ihres Vaters übernehme, dann möchte ich das. Du weißt, dass ich dieses kleine Mädchen bereits liebe. Jetzt war es an Karin zu lächeln. Da wäre noch etwas, das ich wissen muss. Hank hat gesagt, er würde einer Adoption zustimmen, aber er würde gerne die Rolle des Onkels übernehmen. Kannst du damit umgehen, meinen ehemaligen Liebhaber ab und zu hier zu haben? Du weißt ja, ich habe dir bereits mein Wort bezüglich Treue gegeben. Bill dachte eine Sekunde lang nach, bevor er antwortete. Solange du Hank nicht als Ersatz Resonanzboden benutzt, wenn wir in Zukunft Probleme haben. Die Frau meines Bruders Toni hatte einen Freund, der sich in einen Liebhaber verwandelte, als sie und Toni anfingen, ein Paar Probleme zu haben. Ich sage, wenn es in ihrer Ehe Probleme gibt, besprechen der Ehemann und die Ehefrau diese, nicht irgendein unqualifizierter Dritter oder schlimmer noch, jemand, und dessen wirkliche Agenda möglicherweise nicht im besten Interesse des Paares liegt. Einverstanden? Einverstanden. Da das geklärt ist, zog Bill einen Ring aus der Tasche, Karin, willst du mich heiraten? Karin war schockiert, da sie dies nicht so kurz nach dem Gespräch erwartet hatte, aber sie behielt lange genug den Kopf frei, um ja, zu sagen und Bill den romantischsten Kuss seines Lebens zu geben. So wurde Bill Papa und Hank wurde Onkel Hank, die Einzelheiten würden sie Hannah viel später mitteilen. Ein Jahr nach der Hochzeit wurde Anthony geboren. Anthony war erst zwei Jahre alt, als Karin angeschossen wurde, ein Bein verlor und wegen Dienstunfähigkeit aus dem Polizeidienst ausschied. Als Karin ihr eigenes Detektivbüro eröffnete, fand sie es notwendig, hin und wieder auf Hanks Wissen und Kontakte zurückzugreifen. Zu diesem Zeitpunkt waren Bill und Hank gute Freunde, fast wie Brüder, beide Männer verstanden die Integrität des Anderen, Hank vertraute darauf, dass Bill Hannah beschützen und lieben würde, Bill vertraute darauf, dass Hank seine Ehe mit Karin respektieren würde. Am Morgen nach Hannas Entführung nahm Karin sich den Tag frei. Sie musste mit Bill sprechen und wusste, dass er erst nach dem Mittagessen stark genug sein würde. Bill wusste, dass etwas nicht stimmte und wartete darauf, dass sie sich ihm öffnete. Er wusste auch, dass sie darauf wartete, dass er stark wirkte, bevor sie ein Gespräch beginnen würde. Sie aßen gemütlich zu Mittag und Bill tat sein Bestes, um sich bereit zu zeigen. Er nahm an, dass es sich um ein weiteres Gespräch über ihre Finanzen handelte. Okay, Karin, worüber müssen wir reden? Karin begann zu lächeln. Mein Gott, dachte sie bei sich, als sie ihn ansah und wusste, dass er innerlich immer noch unter den Krebsbehandlungen litt, dieser Mann ist so im Einklang und kennt mich so gut. Wie konnte ich nur so viel Glück haben? Bitte, Gott, nimm ihn uns nicht weg, bitte lass ihn diese Krankheit besiegen. Karin beschloss, Bill die Kurzfassung zu erzählen. Bill, ich habe es vermasselt. Ohne die Situation vollständig zu verstehen, habe ich einen Job bei einem Mann mit Verbindungen zur Mafia angenommen, John Benetti. Er hat mich angeheuert, um einen Mann aufzuspüren, der sich in Europa versteckt. Hank und ich haben ihn gefunden, aber ich habe beschlossen, die Details nicht weiterzugeben, weil ich sicher bin, dass Benetti seinen Tod befehlen wird. Gestern hat Benetti Hannah bedroht und gesagt, dass sie sterben würde, wenn ich ihm die Informationen nicht gebe. Also habe ich ihm den Bericht gegeben. Wird er Hannah jetzt, wo er sie hat, in Ruhe lassen? Vielleicht. Was mir Sorgen macht, ist folgendes, er hat mich gewarnt, dass, wenn der Typ in Europa, sein Name ist Carson, gewarnt wird, Hannah stirbt. Was passiert also, wenn der Killer, den sie schicken, aus irgendeinem Grund versagt? Benetti gibt mir die Schuld und dann, Karin konnte nicht weiter reden. Was willst du jetzt tun? Die Polizei rufen? Nein, ich will Hank sagen, dass dieser Idiot Hannah bedroht hat, aber ich wollte das nicht ohne deine Erlaubnis tun. Du bist ihr Vater. Wir müssen uns einig sein. Und Hank kann sich darum kümmern, ohne dass es auf uns zurück fällt? Ich will nicht, dass Hannah etwas zustößt, aber ich will auch nicht, dass sie, Anthony oder du von Mafiosi aus Rache getötet werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Hank sich darum kümmern kann, ohne dass jemand erfährt, dass es mit uns in Verbindung steht. Dann ruf Hank an, er soll vorbeikommen. Hank war innerhalb von zwei Stunden im Haus. Angesichts der Dringlichkeit des Anrufs war sein erster Gedanke, dass es um Bills Krebs gehen könnte. Hank war kein gläubiger Mensch, aber er nahm sich während der Fahrt einen Moment Zeit, um alle höheren Mächte zu bitten, das Leben seines guten Freundes zu retten, der einen großen Teil dazu beigetragen hatte, seine Tochter zu einer wunderbaren jungen Frau zu erziehen. Als er nun in ihrem Wohnzimmer saß, war Hank nicht auf den wahren Grund vorbereitet, aus dem er zu den Rolands gerufen worden war. Als Karen Benettes Drohungen wiederholte, sah Bill etwas in Hanks Augen, das ihn fast erschreckte. Dieser Blick wurde fast sofort durch etwas ersetzt, das man nur als den Blick von Rädern, die sich in Hanks Kopf drehen, beschreiben kann. Hank stand von seinem Stuhl auf und ging in die Küche, drehte den Wasserhahn auf und trank direkt aus dem Wasserhahn, dann kehrte er zum Stuhl zurück. Ich brauche Unterstützung bei der Computer Arbeit, aber ich kann niemanden von der Agentur oder der Firma einsetzen. Ich habe bereits eine Verbindung zu John Benetti aufgrund unserer ursprünglichen Anfragen. Wenn es eine zusätzliche Anfrage gibt, dann verschwindet dieser Benetti und die Anfrage kommt direkt zu uns zurück. Selbst wenn wir einer offiziellen Überprüfung entgehen, weiß man nie, wo die Mafia ihre Finger im Spiel hat. Erinnerst du dich an den Jungen, dem wir vor ein paar Jahren geholfen haben? Er konnte Viren versenden und einen Computer übernehmen. So dramatisch muss es nicht sein, aber wir brauchen sein Fachwissen und er hat keine Verbindung zu uns. Wie hieß der Junge nochmal? Jeferi irgendwas. Du meinst Jeferi Parker, den Jungen aus Philly. Ich weiß, wie ich ihn erreichen kann, es sei denn, seine Kontakt Informationen haben sich geändert. Hank antwortete, ich rufe ihn von einem Telefon aus an, das nicht auf einen von uns zurück verfolgt werden kann, und vereinbare ein Treffen. Von jetzt an hat keiner von euch etwas damit zu tun. Karen, gib mir Parkers Nummer und ich übernehme ab hier. Was ist mit Carson? Ich werde ihn kurz sein. Wir können nicht riskieren, dass irgendetwas davon an dich oder Hannah zurückkommt. Zwei Tage später saß Hank nach dem Mittags hoch in einem kleinen Restaurant in Philadelphia. Es waren nur zwei Kellner und ein weiterer Tisch besetzt, weit genug von seinem Tisch entfernt, sodass die Chance gering war, belauscht zu werden. Hank beobachtete, wie Jeffrey Parker das Restaurant betrat, sich umsah und dann zu seinem Tisch ging. Hank stand auf, um den großen Mann zu begrüßen. Hallo Jeff. Danke, dass du dich mit mir triffst. Jeff lachte. Wie könnte ich ablehnen? Sie und Karen haben mir geholfen, meine Ehe zu retten. Gerettet? Ich nehme an, sie beide haben es dann geschafft. Besser als ich es mir erhofft hatte. Immer hat letztes Jahr unser erstes Kind bekommen. Einen Sohn, Paul. Ja, es könnte nicht besser sein. Wie geht es Karin? Karin geht es gut, ihren Kindern geht es gut, aber Bill, ihr Ehemann, kämpft gegen den Krebs. Oh, das tut mir leid. Wie geht es ihm? Die Ärzte machen uns Hoffnung, aber im Moment haben wir ein dringenderes Problem und könnten ihre Hilfe gebrauchen. Hank erklärte die Situation, was er vorhatte, um die Bedrohung für Hannah zu neutralisieren und was Hank von Jeff brauchte, um dies zu erreichen. Jeff lehnte sich zurück, nachdem Hank geendet hatte. Ich kann den technischen Scheiß erledigen, aber ich habe eine wichtige Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auf mich zurückfällt? Ich möchte nicht, dass das mich oder meine Familie gefährdet. Hank antwortete Jeff so ehrlich wie möglich. Jeff, ich tue alles, was ich kann, um das so weit wie möglich von Karin und ihrer Familie fernzuhalten. Dasselbe gilt für dich und deine Familie. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie du geoutet werden kannst. Entweder du redest oder ich werde geschnappt, gefoltert und rede dann. Ich glaube nicht, dass du dumm genug bist, um zu reden und ich kann dir eine Million zu Quote geben, dass ich es nicht deiner Komfortzone liegt. Ich kann nur sagen, dass wir deine Hilfe brauchen und du einen Freund fürs Leben haben wirst, einen Freund, den du anrufen kannst, wenn du jemals besondere Hilfe brauchst. Jeff lächelte über Hanks Euphemismus, bevor er über den Tisch nach Hanks Hand griff. Nennen Sie mir den Namen dieses Idioten und die anderen Details. Ich brauche dafür zwei, drei Tage. Wie kann ich sie kontaktieren, wenn ich fertig bin? Hand gab ihm die Telefonnummer, unter der er ihn erreichen konnte, und sagte ihm, was er sagen sollte. Er schüttelte Jeff noch einmal die Hand und dankte ihm aufrichtig für seine Hilfe. 4000 Meilen entfernt, am selben Tag, an dem Hank sich mit Jeff traf, saßen John Davis, geboren David Carson und Lisa Howard in einem kleinen Kaffee und aßen gemütlich zu Mittag, als sie beschloss, ihn zu necken. Davis, schau jetzt nicht hin, aber ich glaube, der Typ an der Bar steht auf dich. Er schaut immer wieder hierher und versucht, so zu tun, als würde er es nicht tun, aber er schaut definitiv immer wieder in deine Richtung. Ich bin total eifersüchtig. Wie kommt es, dass die heißen Typen in dieser Stadt immer versuchen, dich ins Bett zu kriegen und nicht mich? David tat sein Bestes, um zu dem Mann hinüberzuschauen, ohne dabei zu schauen. Er wusste sofort, dass es nicht das war, was Lisa dachte, er hatte denselben Mann gestern auf dem Markt gesehen. Das, zusammen mit der seltsamen SMS, die er vor zwei Tagen erhalten hatte und die lediglich lautete, pass auf dich auf, reichte aus, um zu wissen, er versuchte, die Nummer anzurufen, von der die SMS gesendet worden war, erhielt er die vorgefertigte Antwort, die von ihnen gewählte Nummer ist nicht mehr in Betrieb. David war stinksauer, er mochte Lisa und diese Stadt wirklich. Jetzt gehörten beide der Vergangenheit an. Gerade als er sich zu entspannen begann und dachte, er hätte den alten David Casson zu einem Geist gemacht. Hey, Baby, lass uns hier abhauen und für ein paar Tage nach Barcelona fahren. Geh du zurück in dein Zimmer und pack eine Tasche. Ich hole dich in zwei Stunden ab und wir nehmen den Zug. Was sagst du dazu? Was meinst du? Natürlich, damit stand Lisa auf und verließ das Kaffee. Leider konnte Lisa nicht anders, als David die Rechnung bezahlte, streckte Lisa dem Fremden die Zunge sagte, er gehört ganz mir. David dachte, er hätte den Kerl abgehängt, nachdem er eine halbe Stunde damit verbracht hatte, sicherzustellen, dass ihm niemand folgte, aber offensichtlich war der Kerl ihm schon länger auf der Spur gewesen, als ihm klar war, denn als David seine Wohnung betrat, war der Kerl hier in seinem Zimmer und wartete. John Benetti möchte, dass sie wissen, dass das von ihm stammt, der Fremde hielt ein großes Messer in der Hand. Es war eine exakte Kopie des Messers, mit dem David Joe Benetti getötet hatte. Was eigentlich ein einfacher Mord hätte sein sollen, ging aus mehreren Gründen schief. Erstens hatte der Mörder noch nie zuvor ein Messer benutzt, um einen Menschen zu töten. Er schoss dem Opfer immer eine Kugel in den Kopf. Aber John Benetti hatte auf dem Messer bestanden. Zweitens hatte David Carçon im vergangenen Jahr Selbstverteidigungskurse besucht, da er wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde und schon lange beschlossen hatte, dass er nicht kampflos untergehen würde. Drittens hatte David, seit er den Auftragskiller entdeckt hatte, eine kleine Dose Pfefferspray griffbereit. Bevor der Möchtegern Killer wusste, was passiert war, waren Flüssigkeit gefüllt. David packte den Arm des Auftragskillers, der das Messer hielt, war aber leider nicht schnell genug, um der Klinge vollständig auszuweichen. David ignorierte den Schmerz, als das Messer in seinen Armschnitt zwang den Auftragskiller, das Messer fallen zu lassen und nahm ihn dann in den Würgegriff. David versuchte immer noch, nach Luft zu schnappen, da er vom Pfefferspray benommen war und trotz seiner Bemühungen, sich zu wehren, war der Auftragskiller innerhalb einer Minute tot. David verbannt seine Armwunde, die nicht genäht werden musste. Dann schleppte er den leblosen Körper in die leere Wohnung auf der anderen Seite des Flurs, warf ihn in die Badewanne und ging zurück in sein Zimmer, um zu packen. Hoffentlich würde die Leiche nicht anfangen, den Raum zu verpesten, bis er längst weg war. David fühlte sich wie ein Arschloch, er wusste, dass Lisa darauf wartete, für ihre Reise nach Barcelona abgeholt zu werden. Stattdessen schnappte sich David die Tasche mit Kleidung und einigen persönlichen Gegenständen und ging zum Busbahnhof, er musste sein Bargeld in Rom abholen, bevor er wieder verschwand. Lateinamerika hielt Möglichkeiten bereit. John Benetti wurde langsam ungeduldig. Sal hatte gestern aus Spanien angerufen und gesagt, er habe Carson gefunden. Sal würde Carson ein paar Tage lang beschatten, um sicherzustellen, dass nichts schiefging, aber er war zuversichtlich, dass es nicht länger als vier Tage dauern würde. John wusste, dass er Sal nicht drängen sollte, aber es fiel ihm schwer, ihm nicht zu sagen, wie er seine Arbeit zu erledigen hatte. Um etwas Dampf abzulassen, beschloss John, in die Bronx zu fahren und sich das Bordell am Hafen anzusehen. Dort gab es eine gute Auswahl an jungen Mädchen und Johns Vorliebe für junge Mädchen war geweckt, seit er sich die junge Tochter des Privatdetektivs geschnappt hatte. Er wünschte sich fast, der Privatdetektiv hätte versucht, ihn übers Ohr zu hauen, nur um eine Ausrede zu haben, diese Jungfrau zu entjungfern. John dachte an das Mädchen, wie hieß sie noch? Hannah! Ja, vielleicht schnappe ich sie mir einfach, Johns Gedanken schweiften ab, als er sich seinem Mercedes näherte, ohne den Mann zu bemerken, der den Bürgersteig entlang ging. Bevor er die Autotür erreichte, spürte John den Stich der Nadel in seinem Nacken und die Welt wurde schwarz. Es dauerte vier Stunden, bis John aufwachte. Bis dahin hin er an einem Seil, das an seinen Händen festgebunden war, das Seil führte zu einer Reihe von Umlenkrollen und hinunter zu einer Klampe, wo es festgebunden war. Johns Füße, Schenkel und Mund waren gefesselt. John schaute den Fremden vor sich an. Er fragte sich, wer es war, aber er konnte sich nicht daran erinnern, ihn schon einmal getroffen zu haben. Seine Nase nahm den seltsamen Geruch wahr und er schaute auf die große Wanne, über der er aufgehängt war. Der Fremde lächelte. Hallo John. Nein, du kennst mich nicht. Ich bin Hannas leiblicher Vater. Ich habe gehört, dass du mein kleines Mädchen bedroht hast. Nein, schüttle nicht den Kopf, dafür ist es jetzt zu spät. Karin hat mir erzählt, dass du Hanna zu einer Frau machen willst. Das wird schwierig, denn du hast das in einer halben Stunde oder weniger zu schaffen. Vielleicht haben sie dann auch nichts mehr übrig. Ich bin normalerweise kein gewalttätiger Mensch, ich kann ehrlich sagen, dass ich noch nie jemanden gefoltert habe. Aber alles hat seine Zeit. Jeder kranke Idiot, der ein Mädchen bedroht, verdient einen langsamen Tod. Hank löste das Seil von der Klampe und ließ Benetti ein paar Zentimeter tiefer, sodass seine Zehen jetzt knapp über der Wanne waren. John Benetti schüttelte verzweifelt den Kopf. Was glauben Sie, wie lange es dauert, bis Sie mein Mädchen missbraucht haben? Fünf Minuten? Zehn Minuten? Wie lange werden Sie sie leiden lassen, bevor Sie sie schließlich töten und von ihrem Elend erlösen? Ich weiß, dass Sie mir nicht antworten können, aber sagen wir mal eine halbe Stunde, nur zum Spaß. Hank schaute auf seine Uhr. Es ist halb vier. Warten wir bis vier und entscheiden dann, wie es weiter geht. Hank saß da und las ein Buch. John begann, mit den Beinen zu wippen, um seinen Körper von der Wanne weg zu bewegen. Hör auf damit oder ich lasse dich sofort in die Wanne hinab, schrie Hank. John hörte auf die Drohung hin auf, er hoffte immer noch, dass der Mann bluffte. Hank las wieder in seinem Buch. Um vier Uhr morgens schaute Hank von seinem Buch auf. Nun, John, haben sie ihre Lektion gelernt? Versprechen sie, Hannah und ihre Familie in Ruhe zu lassen? John traute seinen Ohren nicht. Er nickte heftig und versuchte, diesem Fremden stillschweigend zu versichern, dass er seinen Forderungen zustimmen würde. Aber im Hinterkopf überlegte er bereits, welches Chaos er bei diesem Idioten, bei Karen, ihrer Familie und vor allem bei der kleinen Hannah anrichten würde. Sie denken wahrscheinlich, dass ich sie gehen lasse, weil ich Angst vor ihren Mafia-Kumpels habe. Aber das ist nicht der Grund. Ich und ich bin sicher, dass sie das auch wissen. Aber sie würden sich fragen, ob sie von all seinen Konten wussten, wenn sie verschwinden würden, es spielt keine Rolle, ob es andere Konten gab oder nicht, man kann nichts Negatives beweisen. Wenn ich also wollte, dass du verschwindest und die Mafia denkt, dass du sie betrogen hast, würde ich hier und da ein paar Hinweise hinterlassen, wie Ohren zu folgen. Damit alle denken, du wärst auf eigene Faust abgehauen. Jedenfalls würde ich das tun, wenn ich dich töten wollte. Aber ich denke, du hast deine Lektion gelernt und solange ich dein Wort habe, dass du Hannah in Ruhe lässt, kannst du gehen. Hank ging zum Klampen und löste das Seil. Er zog John ein Stück nach oben und hielt an, noch Erneut nickte John zustimmend. Er konnte sein Glück kaum fassen. Wer war dieser Idiot? Woher wusste er von den Auslandskonten? Wenn er so schlau war, von den Konten zu wissen, warum war er dann so dumm, ihn gehen zu lassen? Weißt du was, John? Ich glaube dir nicht, mit diesen Worten ließ Hank Benetti bis zur Taille in die Wanne gleiten. Es Der Schmerz war unerträglich. John wurde innerhalb von Minuten ohnmächtig und Hank ließ den Rest seines Körpers in die Wanne fallen, bevor er sie verschloss. Hank benutzte den Gabelstapler, um die Wanne auf die Ladefläche des Pickups zu heben und machte sich auf den langen Weg nach Westen zu einem abgelegenen Ort in der Nähe von Lebanon Township, den er kannte. Nach seinem Amerika und Mexiko. Derzeit mietete er ein Zimmer in einer Villa, die einem pensionierten Anwalt gehörte, in der Nähe eines kleinen Küstenortes südwestlich von Ensenada. Von seinen Quellen in den USA erfuhr er, dass John Benetti kurz nach dem Mordversuch verschwunden war. Nachdem er diese Nachricht erhalten hatte, war David mindestens ein Jahr lang zu Tode geängstigt und blieb nie länger als einen Tod des Auftragskillers erfahren hatte und beschloss, David selbst zu töten. Er wusste nicht, dass es nur vier Menschen auf der Welt gab, die wussten, dass David von John Benetti nichts zu befürchten hatte und dass diese vier nicht einmal untereinander darüber sprachen. David ging nach einer weiteren Nacht in einer örtlichen Cantina nach Hause. Er war es leid, ständig auf der Flucht zu sein, aber vor allem wurden, seit er von zu Hause weggegangen war, noch nicht kennengelernt. Morgen würde er sich mit einem Bekannten treffen, der ihm eine neue Identität versprach. Es würde ihm die Hälfte der 40.000 Dollar kosten, die ihm noch blieben, aber es wäre jeden Cent wert, wenn er nach Hause gehen könnte. Tori Carzon schloss das Auto ab und stieg die dunkle Treppe zu der heruntergekommenen Wohnung hinauf, die sie jetzt ihr Zuhause nannte. Seit jener Nacht vor fünf Jahren war ihr Leben eine einzige Katastrophe nach der anderen gewesen. In den ersten drei Jahren hatten die Männer sie nicht einmal beachtet und das nicht einmal, nachdem David ihr die Nase gebrochen hatte. Sicher, ein paar Typen hatten mit ihr geschlafen, aber sie merkte schnell, dass das nur passierte, wenn sie sie auf den Bauch drehten, damit sie ihr Gesicht nicht sehen konnten. Sogar dieser John Benetti hatte dasselbe getan, bevor er verschwand und gesagt, es sei die Rache dafür, dass sein Bruder getötet wurde. Vor zwei Jahren kratzte Torrey jeden Cent zusammen, den sie hatte, und belastete ihre Kreditkarte bis zum Limit, um ihre Nase richten zu lassen. Aber innerhalb eines Jahres stellte sie fest, konnte Torrey selbst mit der schönsten Nase der Stadt immer noch kein Det bekommen, da ihr Zustand allgemein bekannt zu sein schien. Am meisten vermisste sie die Art und Weise, wie David mit ihr geschlafen hatte. Mama hatte Recht, dachte sie bei sich, man weiß nicht zu schätzen, was man hat, bis es weg ist. Als sie die Wohnungstür öffnete, bewegte sich schnell ein Schatten auf sie zu. Der Mann stieß sie hinein und schloss schnell die Tür. Schrei nicht und dir wird nichts passieren. Torrey traute weder ihren Augen noch ihren Ohren. David? Ja, ich bin's, David sah sich in der Wohnung um und sah das Elend. Ich schätze, keiner von uns ist gut aus deiner kleinen Affäre heraus gekommen. Torrey wurde wütend. Nein, David keiner von uns, aber vor Du hättest nicht überreagieren und Joe töten müssen. David verlor langsam die Beherrschung, aber er brauchte Informationen, also behielt er die Ruhe. Ich versuche herauszufinden, was mit John Benetti passiert ist. Er hatte einen Auftragsmord auf mich angesetzt. Ich kann nicht herausfinden, was damit los ist. Mehr als eine Person hat gesagt, dass du mit ihm geschlafen hast, bevor er verschwunden ist. Was kannst du mir sagen? Wir hatten nichts miteinander. Er hat mich nur benutzt wie eine Aufblaspuppe, er hat nie ein Wort gesagt, außer blass mich auf oder so etwas in der Artikel. Also nein, ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, und ich hoffe, er verrottet in der Hölle, aber erst, nachdem er dich gefunden und getötet hat, für das, was du mir angetan hast. Es fiel mir immer schwerer, ruhig zu bleiben, aber David hatte noch eine Frage. Hast du eine Ahnung, wie John mich vor drei Jahren gefunden hat? John hat drei verschiedene Detekteien beauftragt. Die letzte musste ich gefunden haben, er hat mir nie etwas davon erzählt. Es war die Roland-Agentur, eine Frau leitet sie. Unten an der 43 stellen. Wenn John nie viel gesagt dann, dass du das alles weißt? Weil John mich gezwungen hat, mit ihm zu gehen, er hat mich dazu gebracht, zu sagen, dass ich nach dir suche, damit du weißt, dass ich dein Baby bekommen habe. Und du hast das getan, obwohl du wusstest, dass John mich umbringen würde? John hat mir keine Chance gelassen, nein zu sagen. Er sagte, wenn ich es nicht täte, würde er mich umbringen. Torrey fing an zu weinen und David konnte sich nicht mehr beherrschen. Zum zweiten Mal in seinem Leben schlug er eine Frau. Es war dieselbe Frau wie beim letzten Mal und der Schlag drückte ihre brandneue Nase platt. All das Geld und Torres Nase waren wieder genau da, wo sie vor zwei Jahren gewesen waren. David fesselte Torrey und machte es und mit diesem Detektive sprechen. Karin Roland schaute auf, als ihr Verwaltungsangestellter in Begleitung eines Mannes ihr Büro betrat. Es war acht Uhr morgens, also musste es dringend sein, was auch immer dieser Mann wollte. Ein Mr. Jefferson, er bestand darauf, sie sofort zu sehen, Boss. Was soll ich tun? Lass ihn rein, April. Ich kümmere mich darum. April verließ das Büro, aber die Tür offen, als sie zu ihrem Schreibtisch zurückkehrte. Karin bedeutete dem Mann, sich vor ihren Schreibtisch zu setzen. Er kam ihr bekannt vor. Was kann ich für sie tun, Mr. Jefferson? Fragte Karin in der Hoffnung, dass der Mann seinen Vornamen nennen würde, um ihr Gedächtnis aufzufrischen, falls sie ihn schon einmal getroffen hatte. Sam Jefferson Ich hoffe, Sie können mir ein paar Informationen geben, David wusste wirklich nicht, wie das funktionieren sollte. Er hoffte, dass er ein paar gute Neuigkeiten erfahren und dann die Stadt wieder verlassen konnte. Die letzte Woche hatte er damit verbracht, seine Familie wieder zu sehen, aber er begann sich Sorgen zu machen, dass entweder die Polizei oder Benetti herausfinden könnten, dass er mit einer neuen Identität wieder in den USA war. Torrey war in ihrer Wohnung gefesselt, lassen, nachdem er sicher aus der Stadt heraus war. Er musste fast lachen bei dem Gedanken, wie wütend die kleine Frau sein würde, wenn sie gefesselt wäre, wie sie es vor fünf Jahren gewesen war. Ich muss wissen, was mit einem Mann namens John Benetti passiert ist. Mir wurde gesagt, er sei verschwunden, aber niemand scheint zu wissen, wohin er gegangen ist. Sobald der Name Benetti über die Lippen des Mannes kam, wusste Karin, wer vor ihr saß. David Carçon war also noch am Leben. Was für eine Erleichterung! Ihr schlechtes Gewissen hatte sie nicht in Ruhe gelassen, nachdem sie Benetti Carçons Aufenthaltsort verraten hatte. Nicht einmal Hengs Kontakte konnten herausfinden, was passiert war. Ein Auftragskiller wurde tot aufgefunden, aber gab es mehr als einen? Mit Benettis Tod wurde die Frage erst in diesem Moment beantwortet. Karin lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und traf eine Entscheidung. John Benetti soll verschwunden sein, nachdem er mit Geld, das er der Mafia gestohlen hatte, untergetaucht war. Ich kann Ihnen sagen, was die Gerüchte sind, aber es sind nur Gerüchte. Es heißt, er habe Geld genommen, aber die Mafia hat keine Aufzeichnungen darüber, wie viel, es ist ein großes Rätsel. Ich sage ein paar Leute, ob noch etwas aufgetaucht ist. Schulde ich Ihnen etwas? Karin lächelte den Mann leicht an. Unterschreiben Sie diesen Vertrag, hinterlassen Sie 10 Dollar und Ihre Nummer, das reicht aus. David verließ das Büro des Detektivs. Was war gerade passiert? David wusste nicht, wo sein nächster Halt sein würde, er hoffte, mehr über Benetti zu erfahren, um seine Optionen zu verstehen, er beschloss, eine Tasse Kaffee zu trinken und nachzudenken. Als er im Starbucks saß, summte sein Handy, dass eine SMS eingegangen war. Du wirst dir nie wieder sorgen um JB oder den Vertrag machen müssen, der dir aufgezwungen wurde. David las die Nachricht zweimal, sie kam von einer nicht registrierten Nummer. Er beschloss, die Nummer anzurufen und mehr herauszufinden, aber nach viermaligem Klingeln hörte er die Bandansage, die von ihnen gewählte Nummer ist nicht mehr in Betrieb. Unheimliche Scheiße, dachte er bei sich und lächelte dann. David rief den Flugplan auf seinem Handy auf. Ich schätze, heute ist mein Glückstag, in drei Stunden geht ein Flug nach Rom. David buchte einen Sitzplatz, verließ dann das Starbucks und rief ein Taxi. Fast hätte er laut gedacht, ich frage mich, ob die Leute in Sarajevo Reich brauchen,